ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zurück zu let's play portal 2 bei den beliebtesten maps cool geld ohne ende wie es war kugeln schade ich bin gespannt was uns hier erwartet ich habe gerade die neuesten geklickt aber da kam nichts traurigerweise aber naja gut was soll es die erste kammer was haben wir da vorsicht vor schusswechsel trampoline und brücken bisschen nichts davon wie ganz viel grünzeug da kann man sowas bauen ob alles nur steril gesehen bisher ok drücken wir erstmal hier drauf was zum wie bin ich wieso ist das denn jetzt plötzlich oben ich bin verwirrt ich muss sagen saucool gemacht wie krank ist denn das da ist noch ein ball ach der kam da gerade raus ne ok ich bin ein bisschen verwirrt gerade da komme ich nicht genau dahinter aber wenn ich den jetzt fallen lasse fällt ja runter ne das ist scheiße was zum teufel ok es tut mir im kopf weh aber gut die frage ist jetzt nur wo soll ich hin jetzt mal ernsthaft das ist mein portal da das ist da oben muss aber verdammt refiniert gebaut worden sein ja cool aber und jetzt wo soll ich denn hin wie wärs mit einem kleinen hinweis oder so alter ich denke jedes mal ich falle runter gott es tut mir meinem kopf weh so ich weiß jetzt nicht wohin hier sind auch noch mauern und oh bitte was alter ist das krank ok äh ich hab ich hab zuerst gedacht portal kann mir äh tatsächlich kopfschmerzen bereiten hat es auch aber das hier ist ja wohl mein fuck vom feinsten alter schwede das heißt von der seite gibt es auch noch einen eingang ne alter mein kopf fällt das nicht durch soll ich da jetzt runter oh ja ich falle oh mein kopf ich bin doch gerade noch gef- oh Gott ich bin gerade noch gefallen ne alter oh ist mir schlecht oh hallo alter nein für den scheiß wer da ey das ist verdammt verwirrend verstehs dich was zum teufel oh gott ah das ist verwirrend ok ich würde sagen wir gehen erstmal in den einen eingang hier da fallen wir runter oh gott ich sehe es kaum ich werde hier krepieren in diesem level so irgendwo ist mal den schnucki hier raus so was auch immer passiert ist äh das hat ja wahrscheinlich nichts damit was ist da denn schon wieder nichts damit zu tun achso andere seite genau das war den zero richtig töten ach die tür ist aufgegangen alter ich halte es im kopf nicht aus ich halte es im kopf nicht aus jetzt bin ich wieder hier tatsächlich was soll denn dieser lange fall der war ja vollkommen unnötig hä wo kommt der achso da kommt der ball her ok muss ich nur die orientierung finden was in diesem level sehr schwer sein könnte aber es geht es geht hier auf einmal überall irgendwas aufploppt plötzlich sind sie da hinten dann sind sie da oh gott das will ok gehen wir hier rein ich gebe diesen schnucki den stehe ich da rauf oder auch nicht oh gott was zum das 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 tötet mich das hä hä ich soll den leser ich soll den leser hier was das 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 ist das ist das ist das geht doch nicht ok ich soll den leser irgendwie hoch bringen ja ach das ist verwirrend so ich aktiviere das ding und strahlt das dahin und kommt dann da irgendwas das irgendwie hat es bei mir gewackelt gruselig g ich soll den leser ich soll den leser Und lass mich noch mal hoch. Oh Gott. Mein Kopf. Der explodiert gleich. So. Jetzt landet der da oben. Ich will mal, dass er da hingeht. Ja dann. Da oben kann ich nichts anbringen. Aber da kann ich... Ich bin so scheiße demnig. Äh, okay. Orientierung. Gefasst. So. Was zum Teufel wackelt hier immer? Rechts neben mir. Und wie zum Teufel soll ich da jetzt rein gehen? Ich muss hier doch irgendwas drauflegen. Ich will mal irgendwo ein Würfelein. Mach mal nicht mehr durch. Ich komme hier nirgends wo. Obwohl, ich könnte schon. Ich leih mir den nur kurz, ja? Verdammt, falsche Seite. Nein, das ist nicht dein Ernst hier. So. Nur mal eben so geliehen. Na cool. Aber da will ich dich nicht haben. Lass mich hier diesen verdammten Ball holen. Und dann gehe ich zurück. Und lege den Würfel da rein. Oh, Mann. Hör mal doch. Was ist mit dem Ball passiert? Haben die ihn mir einfach weggenommen? Das finde ich jetzt aber nicht so nice. Das wackelt da ständig. Aber war das hier? Nein. Hier war das, ne? Verstehe ich nicht. Wieso liegt der da? Ich meine, da kann man runter. Ja, aber den muss ich doch erst mal aktivieren. Egal. So. Ja! Ich bin frei. Alter. Okay. Ich gebe zu. Geile Map. Aber heilige Scheiße tut mir der Kopf weh. Oh, nächste Kammer. Komm. Bitte nichts Kompliziertes. Funnel Cake. Ach, Dreck. Ach, das soll die Stimme vom Roboter sein, ja? Puh, geh zurück zu arbeiten. Puh, du was? Ich meine, ich komme nur noch gar nicht durch. Hä? Das war jetzt kacke. Ich will da einfach nur rauf. Ich will erst mal gucken, was da oben ist. Oh. Alter. Ach, hier sollen die Würfel rauf. Ach, hier sollen die Würfel rauf. Äh, wie zum Teufel soll ich die denn da rausbringen? Alter, was ist dieses Wackeln? Was ist dieses Wackeln? Jetzt mal ganz wert? Warte. Hä? Nach rechts ist nichts, was wackeln könnte. Okay. Das ist creepy. Ich hänge jetzt mal ein Ohr aus meinem Mikrofon, äh, aus meinem Mikro, sei schon, aus meinem Kopfhörn raus. Und dann lasse ich mich überraschen, ob ich es nochmal höre oder ob es im Spiel ist. Kann ich auch sagen, dass der ganze Scheiß im Spiel ist. So, äh, wie, wie bekomme ich jetzt die Würfel hier raus? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich hab keine Ahnung. Ihhh. Ich muss die Schilde erst mal abstellen. Okay, pass auf. Wir drücken mal ein Klöpfchen und gucken, was passiert. Weil, ansonsten, äh, hat, ergibt das Ganze hier überhaupt keinen Sinn. Das hab ich mir schon fast gedacht. Die kleinen Schlawinas hier. So. Ich hab mal hier den Scheiß. Ich hab mal hier den Scheiß. So. Akilidokili. Damit hätten wir Würfel Nummer 1, aber den, dann wären wir doof, wenn wir den da hinpacken würden. Packen wir ihn hier hin. Wenn das hier offensichtlich zu dem da gehört. Dachte ich jedenfalls. Somit öffnen sich bestimmt beide Türen, ne? Aber auch der wandelt sich um. Check. Jetzt muss ich da auch noch hier runter. Ich hab' auf, dass ich ihn so hoch schwuggeln könnte. Vielleicht mal vorher machen sollen. So. Somit haben wir die ersten, äh, beiden Dinge ins Kirchenzieher drauf platziert, ne? So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Da. Da. Rüber. Wie? Ja, aber wie komm ich da jetzt rüber? Super. Kann ich auch nicht durchschießen. Komm. Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Was soll denn das jetzt? Warte, ist das verwirrend. Okay. Das letzte Rätsel ist, wie kommen wir da rüber? Können wir das irgendwie abstellen? Glauben nämlich irgendwie nicht. Hm. Hm. Hier können wir auch nirgends was platzieren, ne? Kleiner Nazis. Ja, wir können da hinten zwar rein, aber es ist... Wir können hier nicht durch. Wenn zwar durchschießen... Warum sind wir hier? Was... Was soll das? Freunde, ich weiß... Ich weiß nicht, warum. Fragt... Fragt mich einfach nicht. Manchmal stockt es einfach in meinem Kopf. Aber ihr habt natürlich die... Äh, das ist das Rätselschlange gelöst. Ich weiß, ich weiß. Geht mir auch immer so, wenn ich einem Let's Player zugucke, dann denke ich immer nur... What the fuck? Benutz doch einfach das orange Licht. Äh, aber der Let's Player kommt nicht drauf. Es ist einfach... Der Fluch des Aufnehmens, Freunde. Das ist der Fluch des Aufnehmens. So. Gel-Test 2. Das ist deutschland. Wer ist zum? Fragt mich nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was das für eine Stimme ist. Das ist mir ein Rätsel. Aber das hier könnte mir ein noch größeres Rätsel darstellen. Das war scheiße. Merke dir, Zero. Orange für Orange. So. Yay. Okay. Ich hab's verstanden. So. Irgendwann muss alles noch viel mehr eingeweicht werden. Ich muss bis zum Rand hin. Bis zum Rand hin. Fast. Genau. Wir machen hier einfach alles orange. Dann hat sich nämlich die Nummer gegessen. Und. Geranima. Okay. Nee, 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 nee. Orange. Immer schöner an Orange denken, Zero. Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht wirklich hoch. Das macht's auch irgendwie nicht besser, ne? Gibt's vielleicht irgendwo noch... ...hier weiß? Gibt's kein weiß. Okay. Wieso nicht? Probieren wir's mal. Gott, verwirrend. Ich muss das blaue Ding hier umdrehen, sonst... ...sonst würde das nix. So, ich will richtig rum da hoch. Genauso. So, ich damit jetzt rüber? Dann kann ich mich hier instellen, dann würde ich hier alles orange... Ich weiß ja nicht. Okay, hat funktioniert. Also ihr macht's mir schon so ein bisschen schwer, ne? Komm ich von da aus hoch? Ja. Okay, ich weiß aber nicht, was da oben uns erwartet. Deswegen, äh, spritz ich da mal kurz ein bisschen was hin. Kann man hier aber machen. Hast du den Ausgang? Wollte ich mir damit sagen, ich bin tot? Nein, 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 nein. Oh Gott! Kannst du bitte weniger verwirrend sein? Dankeschön. Holy shit! Ich muss sagen, das war schon ne harte Nummer. Okay. Damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Äh, zu einer Folge Portal 2. Der letzten sozusagen. Und dann, am gleichen Tag, um 18 Uhr, äh, kommt, ja, äh, die, 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 die Auslosung für die, äh, nicht Bewohner, sondern für die Insassen und Wärter für The Escapists. Ich hoffe, ihr werdet dabei sein, denn im Entschluss werden wir direkt das Let's Play live aufnehmen. Auf YouTube kommt das Ganze natürlich auch. Haut rein! Tschüss! Tschüss!